Locked and loaded! Willkommen bei Bishop Remastered bzw. Remastered ist das ganze. Eigentlich könnte man sagen Remastered, denn Bishop in einem komplett neuen Look, neuer Engine, es sieht viel schöner aus als das erste Spiel, als das erste Mal könnt ihr sehen, denn Bishop, das normale Spiel, habe ich ja bei mir auf dem Kanal schon gespielt, vor ein paar Monaten und jetzt das ganze Remastered, Remastered, werde ich wahrscheinlich öfter sagen. Worum geht es in diesem Spiel? Ich erkläre es nochmal ganz kurz für diejenigen, die es noch nicht kennen. Gleich mal vorweg, es war mein erstes Steam Spiel überhaupt und das ging überraschend vielen so tatsächlich. Das habe ich so in den Kommentaren gelesen auf Steam und es hat eine sehr gute Bewertung, muss ich sagen, ist jetzt gerade im Angebot dieses Wochenende gewesen oder ist es noch? Early Access ist das ganze und was kann man dazu noch sagen? Entwickelt von Blazing Griffith, Griffin, Blazing, Griffin, so. Und ja, das ganze, also worum es erstmal geht. So, gleich vorweg. Es geht darum, dass ihr auf einem Schiff seid, sprich es gibt kein großes Entkommen. Ihr habt einen Mörder, der euch umbringen will und ihr habt jemanden, den ihr umbringen wollt. Ziel ist es, zu überleben und eure Zielperson auszuschalten. Habt ihr das geschafft? Beginnt das ganze eigentlich von vorne. Das ganze, wie man sieht, gibt es einmal im Arcade-Modus, der kam heute raus. Dann gibt es das ganze Multiplayer, werden wir auch nochmal spielen. Und ja, Multiplayer macht bestimmt sehr viel Spaß. Es ist eigentlich sowas ähnliches in der Art wie TTT, nur halt anders, dass man halt nur eine Person hat und jeder ist Mörder und ach, ihr wisst schon, was ich meine. Aber wir spielen heute mal erst den Arcade-Modus, damit ihr, oder heute, in den nächsten Tagen so ein bisschen den Arcade-Modus, damit ihr mal wisst, worum es überhaupt grob geht. Das Geile ist, es gibt für die Schiene-Maps, wir haben einmal die Andrea Doria, die Atalanta, Batavia und die Grasin ist schon da. Es hieß mal, dass natürlich auch die Titanic dazu kommt, hab ich so gehört. Ähm, geil wär's, ist nur sau viel Arbeit, das kann ich euch versprechen. Wir spielen eine Random-Map, Game-Mode bleibt Hand, oder Elimination könnte man auch machen. Aber Hand ist doch relativ cool. Dann gibt's noch Deathmatch. Es ist halt ein klassisches Deathmatch, wie man sich das so, wie man das so kennt. Ähm, Player-Difficulty mach ich Medium, denn High will ich jetzt noch nicht anfangen mit. Und Low ist einfach, ich hab das Spiel gespielt, ich denke mal, ich krieg das schon hin. Wir machen jetzt erstmal mit vier Shipmates, das heißt, wir haben zwei Passagiere und zwei Hunter. Lassen das so erstmal. So, Time-Limit, 60 Minuten. Das könnte man irgendwie runterschrauben, da machen wir mal 30 Minuten draus. Time between rounds, 15 Sekunden. Countdown to Hunt, End, 90 Sekunden. Change-Map every 60 Minutes. Da können wir auch mal die 30 draus machen, damit wir nicht immer die gleiche Zahl kriegen. Waited Start of New Map, also bis eine neue Map startet, 20 Sekunden, das ist in Ordnung. Zeugen zwei, Zeit der Zeugen, drei Sekunden. Das heißt, wenn ihr in drei Sekunden die nicht ermordet habt, plappern sie. Victory Money Geld, das man bekommt, wenn man gewinnt. 50.000 Dollar, da kann man mit leben. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Ich will jetzt gar nicht mal so viel quatschen. Wir starten einfach und wir starten auf der Batavia. Das Schiff habe ich persönlich noch gar nicht gespielt. Ich habe eine Runde gespielt und das auf der Atalanta. Und ich muss sagen, es sieht grafisch wirklich nice aus. Die Idee ist geil, das einfach Neues zu machen und mit mehreren Schiffen auch. Und das so in den Online-Modus in den Vordergrund zu stellen, ist geil. Denn im ersten Teil war auch das Problem, es waren kaum Leute online immer. Gut, das Spiel ist jetzt glaube ich 2006 erschienen oder 2008 damals. Jetzt, das Ganze kam am 22. Februar 2016 endlich auf Steam raus. Wie gesagt, immer noch Early Access. Deswegen wird unten auch immer dieses Alpha noch stehen. Und es kann sein, dass noch nicht alles so rund läuft. Das Ganze gibt es bisher nur auf Englisch. Ob an einer deutschen Version gearbeitet wird, weiß ich natürlich nicht. Veship 1 gab es in Englisch. Hatte einen Story-Modus und halt wie gesagt auch diesen tollen Online-Modus, der leider nicht so funktionierte. Gut, es lädt jetzt hier alles noch ein bisschen länger. Das ist eigentlich immer so. Weil es ist normal bei diesem... Es ist halt noch Early Access. Es muss halt noch, ne? Es läuft noch nicht alles so rund. Aber jetzt sollte es eigentlich losgehen. Die Musik ist aus. Raising the Anchor. Da dreht sich auch wieder alles. So. True Status. Also wir können einmal als Passagier oder als Hunter das Ganze machen. Wir machen es natürlich als Hunter. In 10 Sekunden startet dann das Spiel. Also hätte man sich entscheiden müssen. Wir können jetzt eigentlich schon mal sammeln. So, rechte Maustaste. Dann geht es hier rüber. Close. A new round will begin shortly. Jetzt sollte man natürlich erstmal weggehen von ihr. So. Ich muss mal kurz das Ganze so irgendwie... So, wir haben Mona Gander. Die ist im Korridor Deck A. Und First Class Korridor sind wir gerade. Ja, die wollte irgendwie... Wohl nicht. Korridor Deck A. Mensch, war die das jetzt? Das war die doch bestimmt schon. Das Problem ist... Ihr seht ja... Oh. Was ist denn jetzt los? Courtroom Deck B. Wurde ich schon... Die wurde gefasst, was? Okay. Es könnte die... Ne, es ist die nicht, glaube ich, oder? Ne, die sind in der Zelle. Okay. Die Sache ist halt... Man muss hier echt geheuer aufpassen. Ungeheuer aufpassen. Ich weiß nicht, warum das jetzt so langsam sich hier rumdreht alles. Ich habe das Gefühl, die will uns wirklich... Oh. Ja, die weichen sich hier schon gegenseitig aus. Man muss hier wirklich aufpassen jetzt. Sag ich mal ganz ehrlich. Das ist wirklich so. Weil... Du weißt nicht, wer dein Mörder ist. Du weißt nicht, wo dein Mörder kommt. Hier. Der... Will mich nicht angreifen. Dem vertraue ich dann so größtenteils. Mal. Geh mal weg. Ah, geht weg. Aber... Wir wissen halt nicht, wie lange er weg sein wird. So, hier sind wir ungesehen. Das ist natürlich gut. Wir könnten jetzt natürlich unseren Mörder hier theoretisch reinloggen. Hätte er uns gesehen. Ich weiß ja nicht, ob er das jetzt wirklich ist oder nicht. Das ist so ein Problem. Als die Maus sich jetzt so langsam dreht, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich geh mal gucken, ob ich hier irgendwie options was ändern kann. An der Maus. Oh ja. Machen wir es mal so. Apple. Okay. Ähm. Hui. Das ist mir zu schnell. Entschuldigung. Ich muss das jetzt mal schnell machen. Na komm herüber gezogen. Das müsste reichen eigentlich. Hoffen wir mal. Ja, das ist besser. Ach so. Ja, die Kamera. Also immer wenn ihr dieses Auge oben seht, werde ich gesehen. Sprich, werde ich beobachtet. So, ich tippe mal, dass die, das ist die wir haben müssen. Dass das unsere Person ist, die wir töten sollen. Huch. Und er ist unser Mörder wahrscheinlich. Da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. Aber hier ist ein Korridor Deck A. Ja, das ist sie doch. Jetzt komm doch her. Oh, das Schrapnelle. Ja, das Problem ist, die sieht uns hier. Oder wir werden gesehen. Ah, die müssen wir jetzt natürlich verfolgen irgendwie. Oder ist das ein anderer? Ich weiß es nicht. Und sollte hier bloß nicht zu schnell rennen. Die merkt schon, dass ich sie verfolge. Das ist sie aber ziemlich sicher. Jetzt ist aber ein Deck B. Ja, das ist sie. Das ist sie, hundertprozentig. So, und jetzt können wir sie kriegen. Scheiße. Nein, das war nichts. Das war gar nichts. Mist. Jetzt sieht uns natürlich wieder der Bulle da. Ach komm, das ist echt nicht so einfach gerade. Also es ist auf jeden Fall die rote hier. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Die bewegt sich auch so komisch hin und her. Und das ist... Alter, die sind jetzt... Dem vertraue ich immer noch nicht. So, die kriegen wir jetzt. Die kriegen wir nicht. Ach komm, bleib doch hier. Äh, nein. Nein, 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 nein. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Oh, wir haben sie nicht töten können. Was ist das denn? Das ist aber Mona Gander. Ja. Ja. Wüsst du, das war mein Mörder? Nee, oder? Okay. Alter. Wüsst du, das war mein Mörder. Wüsst du, das war mein Mörder. Wüsst du, das war mein Mörder. Also unser Mörder hat es auf jeden Fall nicht geschafft. Der wurde wahrscheinlich von seinem Mörder gekillt. Das ist gut. Roundtime remaining. Ach so, jetzt haben wir erstmal wieder Zeit, um uns... Sachen zu sammeln hier, so wie es aussieht. Ja, haben wir genommen offensichtlich. Können wir jetzt ins Inventar gehen. Da haben wir das auf zwei. Das ist schön. Ich wusste es. Er war es. Ha. Huh. Okay. Ach so, das muss ich jetzt noch machen, ne? Ähm, das Ding ist jetzt... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, wen ich jetzt habe. Meiner vermisst auf jeden Fall Schlaf und Gesprächsstoff. Ich denke mal, das können wir jetzt noch machen. Weil wir haben jetzt eigentlich keinen großartigen... Komm, wir reden mal mit ihm. Wir haben jetzt eigentlich nichts mehr zu tun. Komm, reden wir mal ein bisschen. Bla, 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 bla. Ist ja auch egal eigentlich, was da so zu sagen hat. So, jetzt müssen wir schlafen. Bzw. uns ausruhen. Das können wir, indem wir uns hinsetzen oder schlafen gehen. Das sollten wir hier eigentlich können. Hier müssen wir uns hinsetzen können. Machen wir doch mal... Sitzen wir mal ein bisschen. Hier, das sind wir. Hübscher Knabe, nicht? Ein richtiger deutscher Junge, hätte ich fast gesagt. A new round will begin shortly. Ja. Das ist sehr schön. Dann können wir auch gleich loslegen. Das ist unser Ziel. Security Corridor. Dort behält sie sich gerade auf. Deck B müsse das sein. Ui. Fort Foyer. Und der... wäre unser Mörder gewesen. Ist jetzt die Frage, ist der das schon? Ah, Vampire Room ist das hier. Der rennt hier so blöd rum. Da habe ich so ein bisschen Angst. Also wir haben unseren Mörder schon mal gefunden. Hallo, Nadu. Das ist wahrscheinlich der hier. Habe ich so das blöde Gefühl? Aber wo ist das Ford Foyer? Ach, das ist das Ding hier. Dann war der das doch. Bist du das? Ist mir eigentlich auch egal, ne? Okay, dann war der das nicht. Das ist schlecht. Habe ich jetzt einem geholfen auf jeden Fall? Also... Ah, der ist es doch. Wow, war das knapp. Wo ist er hin? Hä? Lol. Nein. Come on. Take die auf. Jawohl. Haben wir die jetzt wieder auf 1? Ich hoffe es. Ja, haben wir. Sehr gut. Dann können wir die nächste Runde eigentlich... Also, nee, die Runde starten. Quatsch, stimmt ja gar nicht. The Manhattan Restaurant? Wo ist denn das bitte? Korridor Deck A. Oh, es gibt Pfeife hier, ne? Warte mal, ist das hier... Nee. Wo ist denn das Restaurant? Ich weiß es gar nicht. Ah, der hält sich im Korridor der 1. Klasse auf Must Go To Sleep. Okay, dann schlafen wir jetzt erstmal eine Runde. Komm, schnell. Nein, 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 nein. Die Zeit. Gut, aber schlafen ist besser als sich ausruhen. So. Wow. Du bist das doch, ne? Ach, komm, ich verfolge jetzt einfach den Third Class Corridor. Wo ist ein Third Class Corridor? Weiß ich nicht. Der denkt sich auch hier, was ist hier los, ey? Das Ford... ...Foyer... Ähm... Einen Third Class Corridor habe ich noch gar nicht gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm... Hallo, bleib mal stehen. Ich möchte mal mit dir reden. Ey! Okay. Ja, der habe ich wahrscheinlich schon mit Waffe gesehen, ne? Der denkt wahrscheinlich, ich bin sein Mörder. The Amber Room Deckbe- Das war der auch! Das ist der! Bleib mal stehen. Fuck, das wäre jetzt unsere Chance gewesen. Jetzt kriegen wir ihn, jetzt kriegen wir ihn. Komm. Nein! Renn doch nicht mal weg! Fuck it! Hö? Nein! Wo ist er hin? Wo ist er hin? Da ist er. Das war er wieder nicht? Doch! Exzellent! Du hast du erfolgreich gegründet deinen Quarry. Humble. Sehr gut! The round is over. Hui! Ging ja doch mal gut. A new round will beginn shortly. Das ist an sich ganz gut. Dann können wir jetzt erstmal ein bisschen schlafen. Ist ja eigentlich... Uh... Ganz böse. The Hunt is on. Jetzt schon? Scheiße. Marjorie Lard. First Class Corridor. Okay. Ja, dann müssen wir die jetzt wohl fertig machen, ne? Also das ist auf jeden Fall mal eine Frau. Das kann ich euch jetzt schon so hochen. Das ist halt interessant, ne? Dass man nicht weiß, wo, was, wer und so. Man sieht halt nur, wer es ist. Also vom Namen her. Und dann musst du halt suchen. Das ist einzig ein cooles Prinzip. Ah, das Problem ist jetzt wieder, wo ist die First Class Corridor? Wo bin ich denn überhaupt? Hier bin es in Sick Bay und dann Corridor Deck B. Hm. Hallo? Aber irgendwo dürfte es ja auch keine Überlebenden geben. Fort Foyer Deck A. Ah, die will uns auf jeden Fall nicht töten. Aber wo das Fort Foyer ist, das weiß ich ja. Das ist ja hier irgendwo. Warte mal, bist du das vielleicht schon? Wow. Ah, du Arschloch, hast dich nur umgezogen, ne? Ha, das war knapp. Aber ich denke mal, die ist das. Ich hoffe es einfach mal. Marjorie? Ah, hier ist eine Kamera. Fuck, jetzt hätte ich fast was Böses gemacht. Nein. Komm, geh doch mal in die Kabine. Ich muss doch bestimmt schlafen oder so. Oder auf die Toilette. Ah. Boah. Ah, nein. You've been arrested. Oh, nein. Ah, 34 Sekunden muss ich da bleiben. Scheiße. Nein. Ach, verdammt. Das Gute ist, ich kann hier ein bisschen schlafen. Nur sprechen kann ich mit Keim. Das ist doof. Ah, komm, wir gehen mal auf Toilette währenddessen. Ja, auch das geht. Dann können wir uns jetzt nochmal waschen. Dann würde er gleich wieder schlafen wollen. Wir dürfen die Zelle eigentlich nicht verlassen, soweit ich weiß. Doch, dürfen wir. Wir dürfen uns ja auch duschen und essen und alles. Dürfen wir. Das wäre jetzt die Dusche. Seife nicht fallen lassen und so weiter. Ah, diese Manhattan Kitchen. Komm, essen wir mal schnell. Oh, wir sind schon wieder draußen. Das ist schön. Ah, Manhattan Kitchen. Und wir, unser Mörder war auch noch nicht da. Hm, hm, hm. Ganz schlecht. Also, Deck B. Moment, Deck B sind wir ja schon. Manhattan Kitchen. Das ist doch auch hier in der Nähe gewesen, oder? Amber Room. Das ist das Ding? Nein, das ist Manhattan Kitchen hier. Scheiße, wo ist denn der? Ja, nein, das... Oh, ja, hallo. Mensch, hör mal. Na ja, wollen wir aber nicht rein. Ähm. Ach, jetzt ist sie im Knast. Ja, super. Ähm, weiß ich wenigstens, wann sie... Oder wo sie rauskommt. Wenn sie wieder rauskommt. Hallo? Ich hab so das blöde Gefühl, dass die... Ich steck fest. Ach, ich hab ja nichts mehr. Nein! Fuck. Okay, jetzt hab ich mal verloren. Ah, war ja klar, weil ich hatte nichts mehr. Waiting for next round. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich nichts mehr machen, ne? Ne, ich kann jetzt nur rumlaufen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Spielen dann die Runde weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Hol dich das Spiel. Wenn ihr wollt. Es ist sehr gut. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis übermorgen bei Bishop Remaced It. Haut rein, liebe Freunde. Ciao.